Wir haben heute den 16. September 2019. Das sind die Jahre vergangen. Und wir sind in Aurich. Wir sind bei Frau Gisela Händel. Frau Händel, Sie wohnen in Aurich, sind aber keine Ostfriesen. Nein. Wo sind Sie denn geboren? Ich bin geboren in Nauwart, Hinterpommern, und Nauwart war Kreisstadt. Ja. Nauwart, Kreis Nauwart, Hinterpommern, und jetzt Polen. Und heute ist das Polen. Und wie heißt der Ort heute? Novogat. Novogat, ja. Sie sind dort geflüchtet? Ja, wir sind 1945 im März geflüchtet in der Nacht mit Großvater, meiner Mutter und meiner Schwester. Gleichzeitig die Tante mit zwei kleinen Kindern. Die hatte ein halbes Jahr vorher Bescheid gekriegt, dass der Mann in Russland gefallen war. Ach. Und er hatte außerdem Landwirtschaft. Und Sie sind über Stettin nach Zwienemünde? Nein, wir sind in Richtung Zwienemünde, aber Stettin liegt zur anderen Seite hin, östlich. Ach. Das war ein riesen langer Treck. Und das waren zum Teil Leute, die aus dem Osten kamen. Noch weiter Richtung. Ja. Die schon viele, zwei Wochen oder drei Wochen unterwegs waren. Und dies war die letzte Straße im Osten, die möglich war, wo die Leute flüchten konnten. Die Brücken waren alle gesprengt überall. Ja. Und überall schon Sperren, nicht? Das war ja schon nahe der Waffengrenze. Das war das Problem. Und in Zwienemünde, da haben wir dann Halt gemacht auf dem Markt und mein Großvater hat mich ins Rathaus geschickt, um einen Eimer Wasser zu holen fürs Pferd und er wollte Pferd füttern und tränken. Und ich war da ungefähr 15 Meter raus, da fiel da die erste Bombe rein. Ins Rathaus? Ins Rathaus. Und das Pferd ging hoch und raste los, Opa hinterher und eine Straße weiter waren sie beide tot. Ach. Naja, und dann war die Hölle los. Da waren 18 Wellen Amerikaner mit Bombern, mit Fliegern und die Russen von der anderen Seite mit Panzern. Und da sind über 20.000 Menschen in zwei Stunden umgekommen. Ach du meinst. Ich sag, mich hat damals ein Soldat geschnappt, in Panzerkraben. Ja. War denn in ihrer Heimat, wo sie gewohnt haben, wo sie losgezogen sind, denn auch schon Kriegshandlung? Ja. Ja? Also da waren die Russen noch nicht da, aber viele Bomber. Ja. Weil Schettin war ungefähr 50 Kilometer von uns weg. Ja. Und die kamen immer, wenn die da gen Osten flogen. Ja, flog da rüber. Immer da rüber, nicht? Die Amerikaner. Amerikaner waren das. Ja. Und es waren viele Flüchtlinge. Also wir haben damals in unserem Haus auch Flüchtlinge aus dem Osten gehabt. Und die haben immer gesagt, der liebe Gottgeber mögen, dass ihr nicht gleich auch laufen müsst. Und wie die gerade weg waren, zwei Tage später sind wir losmarschiert. Ja. Sie hatten, haben ihren Opa aber nicht wieder gesehen, oder? Nein. Nichts wieder von? Nein. Also uns wurde von Bekannten gesagt, dass sie ihn da hinten totliegen sehen. Ja. Und die haben am Rande von Swinne-Münde, das heißt Gollm, da haben die einen riesen Friedhof gemacht. Ja. Und da haben sie Massengräber, aber auch viele Einzelgräber. Alle die, die Soldaten zum Beispiel, die die Erkennungsmarke haben, denen hat man auch einen Gedenkstein gesetzt, ein Kreuz. Nee. Und das ist eine riesen Anlage. Und gepflegt wird das von deutschen Jugendlichen. In welchem Jahr sind Sie denn geboren? 32. 32. Ja. Und wo haben Sie die Schule besucht? Also angefangen habe ich in Laugard, in der Bismarck-Schule. Und das war so etwas Ähnliches wie hier die IGS. Man konnte da bis zum Abitur. Ja. Und als ich hier war, da war keine Schule. Das war März. Da war hier ja auch Kriegsende. Ja. Und da war erst mal Schluss. Und dann einige Monate später, als die Schule anfing, da wurde ich angemeldet, im Gymnasium. Aber die wollten Geld haben. Da musste man noch Geld bezahlen. Ja. Und meine Mutter hatte nichts. Und ich bin dann zum Bürgermeister gegangen in Schirum. Ich sollte dann sagen, ob sie das bestaht, sah in die Gemeinde. Und da haben die gesagt, hier, wo ist denn die Kerl? Ja. Ich sage, hier, Käppchen-Kerl, ich bin doch ein Kind. Und da sagte er, das kannst du auch anders sagen. Ja. Das war so ein älterer Mensch. Na ja. Und na ja, fröhlich ausgesehen habe ich da auch nicht. Nee, das kann ich mir denken. Und wenn man sowas hinter sich hat, dann sieht man wahrscheinlich älter aus, als man ist, ja. Nee, vor allen Dingen. Wir hatten ja auch absolut nichts mehr. Und da haben die in der Nachbarschaft Kleider gesammelt. Ich war die reinste Plüllerpuppe. Ja. 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 Wie lange sind die denn unterwegs gewesen von der Heimat? Wir sind ungefähr vier Wochen. Vier Wochen? Ja, wir sind dann zu Fuß weiter. Also wir sind dann, wie sich das alles ein bisschen beruhigt hatte, von den restlichen Soldaten, die da irgendwo noch waren. Das waren aber meist ältere Menschen, die dann so Dienste geleistet haben. Deutsche. Ja. Da kamen wir in so ein großes, eine EWE-Halle. Die gibt es auch heute noch. Da ist eine riesen Gedenktafel dran. Ich bin da später noch gewesen. Ja. Na ja. Und da waren alle die Verwundete, Alte, Junge, Soldaten, Kinder, alles durcheinander. Und ein Geschrei ohne Ende. Ja. Und da haben sie Kartoffeln gekocht, dass wir Kartoffeln essen sollten. Wir hatten ja alle auch tagelang nur Baumrinde gegessen und Schnee genutzt. Naja, aber man konnte nichts runter. Ne. Ja. Als sie dort noch in ihrem Hause waren und die weiter östlich, die Flüchtlinge für die von dort kamen, wer hat die denn versorgt? Wurden die von der Gemeinde versorgt? Nein. Also die waren glücklich, wenn sie irgendjemand aufgenommen hatten. Ja. Und sie haben in ihrem Hause auch solche Flüchtlinge gemacht? Ja. Meine Mutter hat das immer gemacht. Ja. Und sie haben die auch mit ihren Lebensmitteln, ihren Vorräten versorgt? Ja. Wir hatten einen sehr großen Garten und damals war das ja noch so, dass man einen weckte, nicht? Das hat die Mutter auch gemacht und wir hatten auch Kartoffeln genug. Ja. 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 Also von daher. Und meine Mutter, die hatte dann auch Kleinvieh angeschafft, Kaninchen und Hühner und ein paar Gänse und zwei Schafe. Also sie konnten sich... So ein bisschen selbst versorgen. Selbstversorgen, ja. Ja. Und von Usedom aus sind sie mit der Bahn weitergefahren? Nein. Und dann sind wir zu Fuß weitermarschiert, ungefähr eine Woche. Stück für Stück. Nur zu Fuß. Und dann hatten wir Soldaten... Und den ganzen Treck? Der ganze Treck? Nein, nein. Der ganze Treck nicht. Es war ja alles auseinander ins Wiedemünde, nicht? Da waren das immer nur Kleingruppen. Vielleicht so zehn Leute, die sich so zusammengetan hatten. Und wir hatten irgendwie Glück, da waren ein paar Soldaten dabei, die auch auf dem Rückzug waren, ob sie das gar nicht durften, mit der Gulaschkanone. Ja. Die sie hinter sich herzogen, nicht? Und die hatten Spaß dran. Die haben uns Kinder da immer mal drauf gesetzt. Mal die einen zwei, mal die anderen zwei. Na ja. Und was sie noch hatten, war Schnaps und Tee. Und da dürfen wir auch mal einen Teelöffel voll haben. Ja. Jedenfalls sind wir dann bis hin weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir eingestiegen sind, aber etliche Kilometer, vielleicht 30 Kilometer. Ja. Und dann haben sie einen Zug zusammengestellt. Das war eine kleine, also ein Dorf. Aber damals fuhren ja noch so Bummelzüge, ne? Ja. Jedenfalls, dann hieß es, wir müssen zum Bahnhof, da wird, das ging ja so Mundpropaganda, da wird noch ein Zug zusammengestellt. Ja. Und da haben wir Glück gehabt. Und wussten nicht, wo sie hinreisen würden? Ne, wussten wir nicht. Also nur in diese Richtung, Osten. Westen. Westen, ja. Ist, glaube ich, so ungefähr zehn Tage unterwegs gewesen, wenn Angriffe waren, dann hielten sie im Wald an. Irgendwo. Ja. Manchmal fuhren sie auch rückwärts. Ja. Ne? Aber schließlich irgendwann sind wir hier in Ostfriesland angekommen. Gab's ja noch unterwegs noch irgendwelche Unannehmlichkeiten? Also das, was unangenehm war, dass die, die in diesen großen Viehwagen waren, ja keine Toilette hatten. Ne. Ne. Und das war eine Katastrophe. Die mussten sich richtig so am Türrand hinsetzen, im Waggon und das dann rausschieben. Ne. Ja. Ja. Ja, und was ich einmal da erlebt habe auch, da war eine Frau mit einem Baby und das Kind, das musste dringend Nahrung haben. Ja. Die konnte nicht mehr stillen. Und die ist ausgestiegen, als der Zug mal gehalten hat auf irgendeinem kleinen Bahnhof und dann hatte sie Fläschchen in der Hand und kam wieder zum Zug und der Zug fuhr weiter. Ach. Und die haben dann Notbremsen, funktionierten auch nicht mehr. Da dachte man auch, was ist aus dem Kind geworden. Das wurde ja nachher irgendwo dem Roten Kreuz übergeben. Ja. 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 Haben Sie davon noch wieder was gehört, wie es mit der Mutter und dem Kind ergangen sind? Ne. Man kannte die Namen nicht alle und das waren alles fremde Menschen. Ja. 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 Was gab es denn unterwegs für Lebensmittel? Naja. Nichts? Ne. Wenn der Zug stehen blieb und irgendeiner Mut hatte und rausrannte und versuchte noch ein bisschen Getränk zu kriegen, dann war man überglücklich. Ja. Und wie lange sind Sie mit dem Zug unterwegs gewesen? Ungefähr so acht Tage. Ja. Mehr oder weniger ohne Nahrung. Ohne alles. Also was Sie immer aufgetrieben haben, war Wasser, ne? Ja. Wasser. Und einmal hatte eine Frau irgendwo, da haben Leute was weggeschmissen und das war durch wachsender Speck, geräuchertes Speck. Und da kriegten wir immer so einen Würfel in den Mund gesteckt, durften aber nicht runterschlucken. Sie sagten, der Magen verträgt das nicht, wenn man lange gehobert hat. Gut lange drauf rumkauen und dann ausspucken. Ja. Und schließlich sind Sie in Ostfriesland gelandet? Ja, da sind wir in Ostfriesland gelandet und der Zug, der hielt in Schirum, Bahnhof Schirum und dann... Das war die Kleinbahn? Ja, Kleinbahn. Jedenfalls da fuhr der Zug hin. Und dann haben sie hin und her kutschiert und dann stiegen da welche aus. Dann sagte ich immer, der Wagen alle raus, der Wagen alle raus und dann fuhren sie wieder weiter und wir landeten schließlich in Aurich. Aha. Und dann wurden wir hingeleitet hier zum Ellernfeld. Da stand also hier in dem anderen Erzählung der Arnoldsgarten, das haben die aber falsch aufgeschrieben. Also wir kamen zum Ellernfeld, da wo jetzt unser Gedenkstein steht. Ja. Da steht ja so ein Flüchtlingsgedenkstein, nicht? Da habe ich für gesorgt. Naja, jedenfalls da kamen wir hin und da war damals eine Baracke und die meisten kennen die Baracke auch noch. Da wurden wir registriert und dann waren die ja überglücklich. Hatten Sie denn Ausweis und sowas dabei? Doch, das hatte ich. Meine Mutter hatte für jedes Kind so eine Umhängetasche, eine Brottasche und da war Geburt, wann wir geboren sind, wie die Eltern hießen und so. Also selbst aufgeschrieben. Ausweis hatten die Kinder damals noch gar nicht. Meine Mutter wohl, die hatte das Stammbuch, das hat sie mitgekriegt. Familienstammbuch, das gibt es ja heute noch. Ja, ja. War das denn allgemein, dass die Leute ihre Papiere dabei hatten? Nein. Also viele hatten gar nichts. Nichts. Viele hatten ja auch rundum alles verloren. Wir hatten ja auch unsere Kleidung und Koffer, was man mal eingepackt hat für uns, war alles weg. Unterwegs, alles verloren. Ja. Das war ja da in Zwinöne bei dem großen Angriff, ne? Ja. Das war auf dem Wagen und das war alles weg. Ja. Aber die Papiere hatten wir dann mit Namen und so weiter, ne? Ja, ja. Na ja, und die haben uns dann mit Pferd und Wagen nach Arenholz gebracht. Da gab es in Haurich noch die Gaststätte Arenholz. Ja. Da kriegten wir Tee und Stuten. Oh. Das war ganz gewaltig. Ja. Ja. Na ja, und dann wurden wir in kleine Gruppen geteilt und die wurden wieder mit Pferd und Wagen weggebracht. Und wir wurden nach Schirumer-Lechmoor gebracht. Aha. Schirumer-Lechmoor. Und da war Adolf Röben war Ortsbauernführer. Ja. Und da stand die Flüchtlingsgruppe, stand dann da auf irgendeinem Wiesenacker und der war dann dabei. Und da sagte er ja, aber Dreh lief, die sprachen ja alle nur Plattdeutsch. Dreh können wir nie hemmen, blut weh. Ja. Und dann hat er meiner Mutter so an den Arm gefasst, können Sie in der Landwirtschaft arbeiten, ne? Ja. Und meine Mama hat ja gesagt, obwohl die erschöpft war, bis zu geht nicht mehr, ne? Da sagte er ja, aber zwei Kinder, das geht nicht nur eins. Meine Schwester war die Jüngere, die kam dann mit meiner Mutter mit und ich blieb übrig. Und da wurde es schon dunkel, da stand ich da immer noch. Und dann sagten nachher die Männer, ja, was muss ich nur mit dem Wicht, ne? Ja. Und da war Frau Schaumburg, die war dann nur aus Neugierde. Die lebte in so einem ganz kleinen Haus und hatte, ich weiß gar nicht wie viele Kinder, aber viele Kinder. Und da sagt sie, wo noch so viele Kinder sind, kann doch nur MBN. Ja. Und die hat mich dann mitgenommen und die schliefen alle in Butzen, zu dritt in einer Butze. Und ich durfte dann auch in eine mit reinkappeln, ne? Ja. Ich hatte, kannte gar keine Butzen, die hatte ich noch nie gesehen. Kann ich mir denken, ja. Aber wie gesagt, das war eine Aufregung. Und da war ich zwei Tage, naja. Und dann hatten sie, das war halt ungewohnt, eine Kuh, also die Wohnung und gleich kleines Karrenhus, sagt man ja. Ja. Und dahinter den Stall und da war eine Kuh und am Ende ja die Toilette, Klo. Und gewaschen wurde im Karrenhus, da war so ein Ständer mit einer Ermalgenschüssel, blauen Rand drumherum, kleines Läppchen und ein Stück Kernseife. Man sagt sie, ja, doch kannst du waschen und das Wasser musst du in den Garten gießen, ne? Das musste man immer raustragen. Ja. Aber es war alles ein bisschen kompliziert. Das war aber damals noch die Lebensart. Ja. Dann hat das sich im Dorf rumgesprochen und da war eine Familie, die noch keine Flüchtlinge hatten. Ja. Das war Christian Löschen, der wohnte in der Richtung zu Schirum hin, Denikas, in die Richtung. Also das Haus steht, das stand sehr einsam, ich bin da ewig nicht gewesen. Naja, jedenfalls da wurde ich hingebracht. Und die Frau, die war... Sie allein, ja? Ich allein. Ja. Ja, meine Mutter, die war ja beim Ortsborn für Unterröben mit meiner Schwester, ne? Und dann wurde ich da, weil die wollten nicht, dass die Frau, die so viele Kinder hatte, mich nun auch noch hatte. Das hatte sich wohl im Dorf rumgesprochen, weiß ich nicht. Jedenfalls da wurde ich abgeholt. Und da kam ich hin. Und was dann komisch war, ich sagte, ich durfte zu Hause mit zehn Jahren im Lazarett helfen. Ja. Essen verteilen, Schieber leer machen, einfache Verbände anlegen und, und, und. Das durften wir alles machen. Zum Bahnhof hin. Die vom Osten kamen, im Zug, Verwundete, versorgen mit was zu trinken und manchmal auch Brot verteilen. Und, naja. Und jetzt durfte ich mir keine Schnitte selber machen. Ne? Die haben mir jedes bisschen zugeteilt. Jeden Morgen gab es Roggenmilkpflug. Ja. Das war ja auch egal, aber das war so Sitte. Ist ja auch lecker. Die hatten ja eine Kuh und die taten sich immer Sahne drum und ich kriegte immer so ein Kännchen Milch mit Wasser verdünnt. Ach. Ja, und dann durfte ich auch morgens aufstehen und melken lernen und auch die Kuh melken. Aber wie gesagt, aber normale Milch kriegte ich nicht. Ne, und wenn die Neujahrskuchen gebacken haben, dann musste ich nach draußen auf die Hühner aufpassen, dass sie nicht im Gemüsegarten kam mit der Peitsche. Und, ja, das eigentlich, ich mein gut gehabt habe ich es da ehrlich gesagt. Also gut aufgenommen worden sind sie? Nein, absolut nicht. Glücklich war keiner? Ne, und meine Mutter war auch nicht glücklich, weil sie ja nur ein Kind bei sich hatte und von mir nichts wusste. Sie musste da dann arbeiten, dann konnte sie auch nicht kommen und gucken, was ich mache. Was musste sie dann da arbeiten? Ja, mit in der Landwirtschaft helfen, ne? Ja. Hatte der eine größere Landwirtschaft? Ja. Also da, wo sie einquatscht werden, Adolf Röben, wir zuhause nicht. Ne, dort, bei Röben. Bei Röben, ja. Und da musst du denen dann arbeiten? Da muss sie helfen, alles mitmachen. Na ja, jedenfalls, dann hat sie nachher darum gekämpft, dass wir irgendwo einen Raum kriegten, wo wir zusammen wohnen konnten, nicht? Ja. Ja. Und wir Kinder sollten ja auch wieder zur Schule gehen. Ja. Und also bis zur Mittelburger Brücke, da hätte ich noch nach Vene zu Fuß zur Schule laufen müssen. Ja. Das ist ein weiter Weg. Ja. Und vor allen Dingen, wir hatten keine Schuhe. Die Schuhe waren hinüber. Und ich kriegte ein paar Klumpen. Und wie schwer mir das fiel, mit dem Klumpen zu laufen. Ja. Das muss man gewohnt sein. Ja. Das war wirklich schlimm. Und dann hat sie ein Zimmer gekriegt an der Mittelburger Brücke. Da sind drei Volkershäuser und das mittlere, das steht jetzt auch noch so. Und der war im Krieg und die Frau und Tochter lebten da alleine und da haben sie das Wohnzimmer beschlagnahmt. Das war irgendwie, wenn man zurückdenkt, auch Gemeinden aus Friesen gegenüber. Ja. Was sie dann abgeben mussten war das Wohnzimmer, nicht? Ja, ja. Naja, aber sie haben alles rausgeräumt. Da war nichts drin. Kein Ofen, kein Bett, nichts. Naja, und was nun? Hatten sie denn die Betten nicht oder hatten sie die weggeräumt? Ne, sie hatten keine extra Betten. Da hatten sie eine Couch irgendwie und Tisch und Stühle oder ich weiß es auch nicht genau. Das war jedenfalls alles raus. Und dann ist meine Mutter nach Aurich hin und da war ja schon die Besatzungsmächte. Ja. Und die haben uns dann von der Kaserne, ehemaligen Kaserne, zwei Betten besorgt. Da kriegten wir zwei Betten, zwei Stühle und einen Tisch. Und dann ja, in dem einen Bett schlief meine Mutter, in dem anderen meine Schwester und ich. Dann über Eck und dazwischen stand der Tisch und das was wir hatten, auch dann zu dritt, zwei Tassen. Ach. Und dann musste die Rixste, hieß die Rixste Volkers, die musste Genehmigung geben, dass wir bei ihr kochen können. In ihrer Küche. Ja, in ihrer Küche. Wir hatten ja keinen Ofen irgendwie, was zu trinken mussten wir auch haben. Aber dann, wenn da ein Topf mit dem bisschen, was man hatte, stand, dann hatte die Rixste das draußen ausgekippt, wenn sie schlechte Laune hatte. Ja. Ja. Das hat sie öfter gemacht, ne. Aber die waren nervenkrank, ne. Dann waren wir glücklich, dass wir ein paar Kartoffeln hatten und so. Ja. Das war ja kein schöner... Das war kein schöner Anfang. Aber sie hat gelernt. Nachher haben wir auch zusammen noch ihre Silberhochzeit gefeiert. Ja. Ja. Später wurde ihr Mann entlassen, der war im Krieg und vielleicht ein halbes Jahr später ungefähr. Und dann wurden ihre Nerven besser. Ach. Ja. Der war ganz lieb, der hatte Krieg gesehen und... Ja. Naja, der hatte dann auch, ja. Aber das war ja auch sicherlich sehr entbehrungsreich für die Frau, die hat dann... Ja, das war für alle schwer, eine andere Welt. Ja. Und dann mussten sie sich beim Bürgermeister hinschieren und nicht mal melden, ne? Ja, ja. Da mussten wir uns melden. Und dann fing ja die Schule an und dann waren wir froh, dass wir da waren und dann meine Schwester und ich nach Aurich zur Schule gegangen. Und dann habe ich mich beim Gymnasium angemeldet und dann war ich 14 Tage. Die wollten Geld haben jeden Monat, weiß ich nicht, 15 Mark oder 10 Mark, ich weiß es nicht mehr. Und das hatten wir nicht, meine Mutter auch nicht. Und dann bin ich zur Realschule, Mittelschule und das kostete auch noch Geld, aber die Hälfte. Ja. Und dann habe ich da rumgefragt, wo ich mir ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann bin ich nachmittags bei Uni Ahrens ganz viel gewesen. Das ist ja die Gaststätte und Gärtnerei. Ach ja. Direkt da am Kanal, Mittelburger Brücke. Und die waren überglücklich. Also wir haben als Kinder auch schon immer mithelfen müssen. Ich konnte im Garten, mochte ich gerne arbeiten. Ja. Und die hatten ja Erdbeerfelder und dann hatten die auch Beerenfelder und ja auch Rüben und Hafer damals noch. Naja, aber dann hatten Sie eine Beschäftigung, die auch etwas einbereitet. Ja, man konnte Schulgeld dann bezahlen und seine Bücher kaufen und ja. Und den Weg konnte man schaffen von da nach Aurich. Ja, ja, das war ja auch möglich, ja. Und dann waren Sie beim Gouverneur Montgomery. Ja. Was musste Sie denn dort? Da musste man dann schön bitte, bitte sagen, wenn irgendwas. Ach so, später. Also ich bin dann, wie ich in Ostfriesland war, ich weiß gar nicht wie alt ich war, zum Roten Kreuz gegangen. Guck, da liegt noch mein Ausweis mit meinem Foto drauf. Und dann von Zeit zu Zeit kriegte man ja die Sammelbüchse in die Hand gedrückt. Und ich, die Leute, irgendwie waren die nett zu mir, wenn ich mit der Sammelbüchse durch die Stadt ging. Ich hatte die schnell voll. Ja. Und dann bin ich zum Rote Kreuz gegangen, das war fürs Rote Kreuz. Hab das abgeliefert und da hat die gesagt, jetzt gehst du zur Regierung hin. Da ist eine Aufnahme, eine Prüfung für Flüchtlingsmädchen zwischen 18 und 25. Und ich war da gerade 17,5. Ja. Da sagt sie, das halbe Jahr schenken sie dir, ne? Ja. Und das war unter der Leitung von Montgomery. Und da bin ich da hin und die hatten mir einen Zettel geschrieben, eine Empfehlung. Und dann haben die erst gelacht, die Männer, die da saßen. Und dann haben sie gesagt, ja, die arbeiten schon alle eine Stunde. Und dann wurde ich da reingeführt, waren alles so kleine viereckige Tische und überall saß eine Person. Man kriegt einen Block in die Hand und war zum Schreiben, da gab es die ersten Kugelschreiber. Ja. Und da mussten wir unseren Lebenslauf, das was wir erwarten, was wir lernen möchten, nicht? Und auch was wir erlebt hatten, wie viele Geschwister wir haben und in welcher Situation wir leben und, und, und. Und, naja, und dann gab es noch Matheaufgaben, da war dann Dreisatz mit drin und einfache Klammeraufgaben, aber so das Normale, was man eigentlich so kann, nicht? Und noch einiges, naja. Und zum Schluss wurden alle einzeln wieder reingerufen und dann, ja, wie in der Uni, dann wurde man befragt nach einigen Familiensituationen, Geschwistern oder wie ich mir das Leben vorstelle und wie ich meine Tage verbringe und, und, und. Dann sagten sie, ja, Sie sind angenommen. Da war ich angenommen. Ja. Das war eine Heimvolkshochschule in Salzgitter. Ja. Und die wurde finanziert vom Roten Kreuz Dänemark unter dänischer Leitung. Ich sag, Sie sind ja noch keine 18, aber okay. Ja. Wurde akzeptiert, ja. So, und dann waren Sie dort in Salzgitter? Ja, und dann war meine Mutter, wie ich nach Hause kam, die fielen aus allen Wolken, ne? Ja. Ja, und dann war ich in Salzgitter. Das dauert, dieser Lehrgang dauerte, ein halbes Jahr. Aber manche blieben da auch zweimal ein halbes Jahr, nicht? Oder länger. Und die dann... Wahrscheinlich im Grund blieben die da länger. Ja, wenn sie keinen Arbeitsplatz fanden oder wenn sie meinten, dass sie menschlich noch nicht so stabil sind. Viele Flüchtlinge, das waren ja alles Flüchtlingsmädchen, eigentlich zwischen 18 und 25. Ja. Die keine guten Nerven hatten. Ja, genau. Naja, oder die, die sich erholen mussten. Ja. Und wir mussten da, also theoretische Aufgaben, Unterricht, aber die gesamte Hauswirtschaft in den Betrieb mussten wir auch. Wir wurden in Gruppen eingeteilt, nicht? Die einen waren dann für die Korridore dran und die anderen mussten in der Großküche helfen und die dritten in der Lehrküche und die vierten dann im Kindergarten. Da waren Kindergärtner angeschlossen. Und die Kinder waren da sechs Wochen im Heim. Die schliefen da auch. Ja. Die musste man auch baden und da musste man verkochen und die musste man manchmal anziehen und beruhigen. Manche hatten ja auch Heimweh. Ja. Naja, sowas war das. Aber es war eine schöne Zeit. Vielseitig, aber da haben sie sicherlich viel gelernt. Ja. Vor allen Dingen menschlich war das okay. Ich wollte da gerne sein. Ja. 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 Wenn ich zu Ende ging, da haben ja viele, die wussten, jetzt ist nichts mehr zu retten, sind die auch auf den Rückmarsch gegangen. Ja. Und mein Vater, der war ganz nördlich, ganz oben. Und der ist mit sechs anderen, sind die per Schiff rüber nach Norwegen. Und sie haben das geschafft. Sind von einem Schiff mitgenommen worden? Nein, die haben dieses Schiff, das hätte da getrieben. Ach. Das war ein kleines und da waren gar keine Menschen drauf. Und dann... Ja. Aber das war auch ja nicht ganz ungefährlich. Und das war gar nicht ungefährlich. Und die Männer, die mussten alles selber machen. Und er hat davon erzählt und manches auch nicht erzählt. Jedenfalls, er ist dann über Narvik, ganz oben in Norwegen. Da sind die gelandet. Ja. Und mein Vater war ein sehr guter Handwerker. Das haben die da spitz gekriegt und der musste dann ein Sägewerk aufbauen. Von einfach von Anfang an bis Ende. Nicht? Weil er hat dann auch erzählt, wie das in Deutschland, wie es in unserem Betrieb gewesen ist. Und dann haben sie gesagt, ja... Und er hat es gut gehabt. Hat dann Essen und Trinken gehabt und auch die haben auch für Kleidung gesorgt und so. Und er hat dann übers Rote Kreuz, also seine Personalien dem Roten Kreuz gegeben. Und hier war das so, dass alle, die jemand suchten, auch eine Suchanzeige dem Roten Kreuz geben konnten. Ja. Und übers Rote Kreuz haben wir dann seine Adresse erfahren. Und dann hat meine Mutter da hingeschrieben und das ist auch angekommen. Allerdings, das dauert ja immer Wochen. Ja, klar. Ne? Und dann hat er zurückgeschrieben und das war ja dann Riesenaufregung. Und er wollte, dass wir dann nach Norwegen kommen. Und dann hat auch meine Mama gesagt, da können sie nicht leben. Also sie liebte die Natur und den Garten und alles. Und nicht die Dunkelheit. Und da war viel Eisschnee. Ja. Und Dunkelheit. Ja, ne. Und Sprache, sagt er, wir können kein Wort, wir können die Sprache nicht. Und das Wetter und sie kann keine Kartoffeln mehr pflanzen, keine Blumen pflanzen, nein. Naja, und dann hat er sich einen Antrag gestellt, dann wurde er entlassen in amerikanische Gefangenschaft. Und da haben sie ihm alles, was er da in Norwegen geschenkt gekriegt hat, alles weggenommen. Hm. Und dann hat er sich von einem Zelt mit seinem Kumpan selber einen Anzug genäht. Nur mit Nadel und Faden. Ja. Damit ist er hierher gekommen. Und dann zwei Jahre später, dann kam er aus Gefangenschaft. Solange ist er noch da geblieben. Ja, die haben ihn nun extra behalten, solange da. Konnten die ihn aus militärischen Gründen halten, oder? Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, die haben ja noch, die haben ja die Leute in Gefangenschaft genommen und er musste noch bleiben. Ja. Er musste auch arbeiten, nicht irgendwie, aber... Wurde er dafür... Aber er war gesund. Wurde er dafür auch entloat, oder nicht? Ja, aber er kriegte nichts zum Sparen, sodass sie über die Runden kamen, ne? Ja. Und so hat er dann irgendwann den Weg nach Ausfristen gekriegt. Ja, und dann ist er hierher gekommen. Ja. Ja, guck, die ganze Verwandtschaft können Sie studieren. Ja. 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 Als Sie in Ihrer Wohnung waren, in Milles, wo kein Ofen war, wie war es denn mit Brennmaterial? Also, das war ganz fürchterlich. Mutter wurde nachher krank und die kriegte dann eine Lungenentzündung. Das war nicht nur Grippe. Und dann kam jetzt Dr. Nettersen. Ja. Der kam ja auch immer zu den Volkers hin, ne? Und er konnte ja sehr, sehr lieb tun mit der Frau Volkers. Er sagte dann, Moin, mein Tütti, wo ist denn mit die? Und dann, Tütti stand dann aus dem Bett auf im Nachthemd und guckte, ob die Hühnereier gelegt haben und gab ihm die mit. Ach. Und er kriegte auch einen Liter Milch und dann war er natürlich glücklich, ne? Aber naja, Mutter kriegte ihre Arznei und da sagte, so geht das nicht, sie braucht einen Ofen. Und wir sollten hingehen wieder zur Regierung und zu Montgomery, da zu den Leuten, die da saßen und darum bitten, dass sie uns helfen, dass wir den Ofen kriegen. Dann haben sie vorübergehend in einer, in einer kalten Wohnung gelebt. Ja. Und dann, sicher, wir Kinder sind da drüber weggekommen, aber meine Mama war da sehr krank. Ja. Na ja, jedenfalls, wir sind da hin und die sind dann mit uns durchs Dorf gegangen und haben irgendwo einen Herd beschlachten. Die hatten drei Öfen, die hatten einen guten in der Küche, den sie fast gar nicht nutzten, der musste immer schön blank sein und einen in der Vorküche. Ja. Da wurden natürlich auch Futter draufgekocht, große Kessel. Ja. Den haben wir gekriegt. Ja. Sie sollten nun den guten nehmen. Ja. Und dann haben wir gescheuert, dass da einigermaßen wieder ordentlich war. Ja, nun rauchten wir Brennmaterial. Ja. Dann wurde spazieren gegangen und wenn man nach Wadihause ging, wo die paar Bäumchen da stehen, jedes Stöckchen wurde aufgehoben und nicht nur wir, alle machten, dass die kein Brennmaterial hatten. Ja. Und als mein Vater dann da war, der hat dann schnell Leute kennengelernt, weil er mal da und mal da irgendwas gemacht hat für die handwerklich. Und da war Martin Flessner und der hatte ein Schiff. Und der hat immer Torf gefahren, aus dem Moor geholt, nicht? Und der hat ihm dann erzählt, dass man zu der und der Zeit im Frühjahr Torfmoor verpachtet. Ja. Hier runter nach Wiesens und dann Kolrunge, da ein ganzes Stück runter, nicht? Ja. Naja, und da hatte mein Papa, der hatte dann den Tag und da wollte er nun hin, ein Stück Torfmoor pachten. Und da hatte er Pech gehabt, sich einen Finger verletzt, der so entzündet war, dass das eine Blutvergiftung gab und der Finger schon anfing zu vereitern. Ja, ja. Wer kriegte dann den Zettel in die Hand? Ich. Dann hin zum Moor, um da nun was zu pachten. Ja, sagt, kann sich gar nicht verlaufen, immer am Kanal lang. Und in Wiesens, da musst du dann fragen. Naja. Und unterwegs traf ich dann einen Mann, der war aus Schlesien und der war schlecht zu Fuß. Und unser Unglück war, wir sind auf der linken Seite immer runter gelaufen und das letzte Stück dann über die Brücke, warum, das weiß ich nicht, rechts gelaufen. Ja. Und da gab es keine Brücke mehr. Und da waren wir schon ganz verzweifelt. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Und dann haben wir da eine Frau gefragt, wo das dann wäre. Wir hatten einen Zettel in der Hand, wo wir hin mussten. Da stand die Adresse drauf, aber ich wusste ja trotzdem nicht, wo das war. Und da mussten wir über den Kanal. Und die hatten dann Kisten, so groß wie hier der Tisch ungefähr, und Tau dran, da musste man sich so rüberziehen. Ja, die Pünte. Pünte. Und in dem Ding stand schon Wasser und wir kannten das ja gar nicht. Nein. Ich kann gut schwimmen. Ich sage, ist ganz egal, falle ich rein, dann schwimme ich wieder raus. Oh ja. Und der andere, der sagt, ich kann nicht schwimmen, der hatte solche Angst. Naja, ich bin zuerst rüber und habe es auch geschafft. Und dann habe ich so lange geredet, ich sage, steigen Sie rein. Ich sage, dann rette ich Sie. Und das war ein älterer, oder? Und er ist dann auch rüber. Eine ältere Person? Ja, eine ältere Person. Das war so ein kleines zierliches Männchen. Ich habe sie noch so vor Augen. Naja, und wir haben es geschafft. Und wir haben dann nachher gefragt wieder und haben dann auch die Leute gefunden, die da Torfmoor pachteten. Aber jeder hatte so einen Zettel in der Hand und die vier Holzstöcke. Ja. Ja. Und dann ging das immer. Das ist Männchen. Das habe ich vergangen. Ja, oh Gott. Das ist Männchen. Und dann liefen wir wieder ein Stück weiter. Und so bin ich dann bis nach Kolrumge gekommen. Ach so weit? Und da so weit. Weil das immer, das ist Männchen, das ist Männchen. Und da habe ich dann ein Stück gekriegt und dann ein Zettel nach Hause. Aber später hat mein Vater durch seine Arbeitskollegen hier in Aurich, hat er dann dichter Bayernstücke gekriegt. Und da sind wir dann im Frühjahr auch hingelaufen und haben da mit Hand dabei Torf gestochen. Haben Sie selbst Torf mitgesucht? Und dann von Martin, ich habe auch irgendwo, hätte ich raussuchen können, von irgendwo, haben wir dann erfahren, dass er, der Martin Flesser, sein Schiff hatte am Kanal Mittelburger Brücke. Und mit dem durften wir dann hinfahren und den Torf holen. Ja. Tja. Naja. Das hat sich dann ja jedenfalls einigermaßen gut entwickelt. Ja. Aber wie glücklich wir waren, dass wir jetzt was zu brennen haben. Das war ja wie ein Gewinn im Lotto heute, nicht? Also das war ein Segen. Wie kann man das denn verstehen? Hatten Sie, als Sie denn hier in Ostfriesland waren und schon sich so ein bisschen eingelebt hatten, auch noch Heimweh in Ihrer Heimat? Ja. Heimweh habe ich heute noch manchmal. Ja. Doch, das hat man. Ich bin ja letztes Jahr zweimal da gewesen. Leider nicht im Haus. Die hat die Türe von meiner Nase zugemacht. Sicher. Ich kann kein Polnisch und die hat mich nicht gekannt. Ne? Ich habe an der Haustür geklingelt. Die hat die Haustür so einen Spalt aufgemacht. Ich habe in Deutsch was gesagt. Und da hat sie schnell wieder zugemacht. Ja. Aber wir sind, auch meine Eltern, wir sind danach mehrmals da gewesen. Und was interessant ist, wir hatten am Rande der Stadt Fünfviertelmorgen Land. Da wollten die Eltern ursprünglich bauen. Und da fing der Krieg an. Dann ist da nichts draus geworden. Und wir haben dann ein Haus gebaut, direkt neben meinen Großeltern. Und das war ja insofern auch günstig, weil da gleich hinter die Werkstatt war. Und naja, jedenfalls, da haben wir damals, wie der Krieg war, ja Gemüse gepflanzt und Kartoffeln gepflanzt und konnten die Tiere versorgen, kleinen Vieh. Und da haben sie jetzt aufgetauteilt in Schrebergärten. Ja. Da waren jetzt lauter Lauben und Bäume. Und das Ganze, so als wenn man hier rauskriegt, das ganze Grundstück war bewachsen. Ja. Und damals, wir hatten Spargelbeete und wir hatten Gemüsebeete, Kartoffeln und ja. Mutter hat das immer gedrittelt. Ein Drittel Hafer für die Tiere, ein Drittel Kartoffeln und ein Drittel Gemüse. Ja, ja. Ihr Vater war Tischler, sagten Sie? Ja. Tischler und Stellmacher. Ja, und der hat Ihnen dann auch Schuhe gemacht? Ja, der hat uns dann nachher, hier weil wir nichts anzuziehen Rechtes hatten, nicht, der hat dann uns vom Fahrradmantel Riemchen geschnitten, nicht, das waren Sohlen, gute Sohlen. Und da wurde dann auch noch eine Holzscheibe reingeklebt und dann Riemchen von irgendeinem zu altem Material geschnitten. Ja, der hat uns wunderbare Sandalen gebastelt. Aber eine Holzschuhe brachten Sie nicht drin? Nein, ich konnte in Klumpen nicht gut laufen. Das war das Erste, was ich hier angekriegt habe, Klumpen. Ja. Das war eine Katastrophe. Ja. Ja, da konnte nicht jeder mit umgehen. Mit den Klumpen. Ich weiß wohl, dass es mir sehr schwer fiel. Ja. Das ist genauso wie Schlittschuhe, nicht, wir sind am See groß geworden. Und viel, meine Mutter sagte immer, ich habe keine Kinder. Im Sommer sind sie im Wasser, im Winter sind sie auf dem Wasser. Und das stimmte auch. Ja. Und dann hier fuhr ja damals noch der Kanal zu. Ja. Und nun wollte ich so gerne Schlittschuhe laufen. Und die Leute, die kannten mich ja. Ich habe ja dann da bei einigen gearbeitet, um mir Schuhegeld zu verdienen und auch mal Kleidungsstücke zu kaufen. Naja, und dann ging das ja auch mit Schlittschuhen laufen. Und dann kriegte ich so ein paar Herrenschuhe, hohe Schuhe. Und dann schüffel ich diese langen, die die Landläufer haben. Ja. Aber das ist ein Unterschied, wenn man, ich hatte schöne Schuhe, wo die Schlittschuhe fest tragen, weil wir die Kunstläufer hatten. Ja. Wir hatten Läppen. Ja. Die langen, ja. Aber trotzdem hat man sich gefreut und hat es probiert. Ja. Ja. Noch einmal zurück zu Ihrer Ausbildung. Sie sind in Salzgetter gewesen und in Salzgetter, sagten Sie, war ein ausländischer Schüler, Lehrer, ne? Ja, alles ausländisch. Alles. Für alle Fächer. Für alle Fächer. Für Englisch, für Deutsch. Kommen Sie in Deutsch? Für die Hauswirtschaft, ja. Ja. Das waren hoch angesehene Persönlichkeiten. Ja. Und in Salzgetter haben Sie viel gelernt? Ja, jedenfalls, was man da lernte, wieder zu lachen. Ach so, das war ja auch schon viel. Nicht einmal die Gemeinschaft und, ja. Ja. Und, ne. Das war schon sehr gut. Wie lief das Leben dort denn ab? Das war doch ein Internat. Ja. Also, wir wohnten da ja alle und hatten auch in dem Haus Unterricht. Ja. Morgens ging die Glocke, ich weiß nicht, ob um 7 Uhr, aber sehr früh. Dann rannten alle raus und hatten Gymnastik. Wenn schlechtes Wetter war, unten in der Halle. Ja. Wenn gutes Wetter war, raus, nach draußen. Ja. Manchmal auch bis in den Wald hinein, das ist ja da der Fuß vom Harz, ne? Salzgitter. Ja. Und so, ja. Dann wieder rein, dann musste man sich duschen, seine Stube in Ordnung machen, Bett machen und so. Gemeinsames Frühstück und dann war Unterricht. Ja. Und dann war aber auch immer Einteilung. Man hatte einen strammen Stundenplan, vormittags und nachmittags. Man hatte auch immer irgendwelche praktischen Aufgaben, jeder irgendwann. Aber das Ganze hat Ihnen gefallen? Ja, hat mir sehr gefallen. Ja. Ja. Und was machten Sie da in der Freizeit? Da haben wir Chor gehabt, da haben wir Sternkuchen gehabt, da haben wir Basteln gehabt, da haben wir Partykurse gehabt. Ja. Also, man wurde rund um die Uhr beschäftigt. Ja. Theater spielen, Laien spielen. Ja. Da liegt noch mein Zeugnis, da steht alles drin. Ja. Und da sind Sie auch so ein bisschen an die Kunst herangeführt worden? Ja. Also jedenfalls, ich hatte, Keudel hieß der, der hat Kunsterziehung gemacht. Und der sagte, die muss irgendwie ein Handwerk lernen, was mit Kunst zu tun hat. Und macht das so. Weil Sie begabt waren oder? Ja, meint er. Oder sollte das jeder? Nein. Nein. Weil ich dafür begabt war, meinte er. Ja, ja. Und andere wieder, ich war dann nachher Schüler als Vorsitzende, obwohl ich da die Jüngste war, die sagte, du kannst gut organisieren, kannst mit den Leuten reden. Und dann haben sie gesagt, nein, du musst was Pädagogisches. Ja. Und da kriegte ich ja ein Stipendium in der Universität Braunschweig. Mhm. Und das kriegte ich als erstes. Und wie alt waren Sie damals? 18. 18. Und da bin ich dahin und ich war die Jüngste, die da mit in der Gruppe mit mir waren. Das waren die Männer zum Teil, die im Krieg gewesen waren. Die waren alle über 30. Ja. Der Älteste war sogar 41. Ja. Und Mädchen, Frauen waren dann nur drei Stück in der ganzen Gruppe. Ja. 18 waren wir zusammen. Und ich bin da gerne gewesen. Was das Theorie anbelangte, kam ich auch super mit. Das war kein Problem. Aber da kriegte ich einen Brief, dass die Handweberei Banzer, die ist bei Osnabrück, Bissenfeld, das war das Dorf daneben, oder ist noch, Stockholm, und eine Zusage, dass ich da anfangen kann. Ja. Denn vorher, der Keudel, der sagt immer, nein, du musst sowas lernen. Naja, und da denk ich, was machst du denn nun? Und dann bin ich dahin zu dem Professor und hab ihm das erzählt. Und da sagt er, ich würde dir raten, dahin zu gehen, Handweben lernen. Und dann hinterher kommst du wieder. Wir haben dich in der Liste und wir nehmen dich wieder. Ich sorg dafür. Ja. Ich hab sechs Pfennig in der Tasche. Ich da noch dran denken, Geld hatte man so gut wie nix. Naja. Und dann hab ich da angefangen und da hatten die auch gesehen, dass ich da Vorsitzende war im Schülerrat. Und da sagte die gleich zu Anfang, hier musst du aber gehorchen. Ja. Ja. Ja, das waren zwei Damen, die den Betrieb leiteten. Das war meist drin. Und das war noch so richtig so alte Erziehung. Da musste man mit 21 Jahren noch Tänchen geben, Gute Nacht sagen und Knicks machen. Oh, ja. Ja. Naja. Das war ja auch nicht verkehrt. Ne, die sind einmal mit uns zum Dorffest gegangen. Da hat das ganze Dorf gelacht, ne. Da waren zehn Mädchen in dem Betrieb und die durften dann alle mit zu diesem Dorffesten. Davon vier Lehrlinge, nicht. Ich war auch eins von den Lehrlingen. Und dann, bis dann zehn Uhr abends war, dann haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir nach Hause, nicht. Da mussten wir alle stramm stehen, so ungefähr. Und dann marschierten die im Gänsemarsch mit uns wieder zurück in die Wohnung, nicht. Dann ging die Glocke mit den Küken wieder nach. Ja, ja. Und da haben sich alle kaputt gelacht. Tja. Tja. Naja. Die Mädchen von Banzas sind hier, ja. Nun sind sie alle wieder weg. Oh. Ja. Da hat was gefehlt. Aber da war noch eine strenge Erziehung. Ja. Naja, das war aber damals allgemein so. Ja. Ja. Die Erziehung war etwas straffer und sicherlich auch... Auch nicht verkehrt. Auch kein Nachteil. Ne. Ja. Ja. Und dann haben sie von da aus wieder den Weg nach Salzgitter genommen? Ja, nein. Dann war ich verliebt bis zum Gehtnichtmehr nicht. Ich habe drei Jahre gelernt, Handweberin. Ja. Ich habe drei Jahre als Gesellen da gearbeitet und ich hatte meinen Mann kennengelernt, als ich 18 war, wie ich hier noch in Aurich war. Das war gerade, wie ich rüber ging nach Salzgitter. Ja. Naja. Und er war bei Donker, Elektriker. Ja. Und Donker machte Pleite. Ja. Dann wurde er arbeitslos und der Vater hat ihn gar nicht gefragt. Da stand eine Annonce in der Zeitung, dass Grenzschutzleute gesucht wurden. Und da hat er einfach angerufen und hat seinen Sohn angemeldet. Ja. Und da musste er, da kriegte er Bescheid, dass er kommen konnte zur Aufnahmeprüfung. Und wo ging das hin? Dass wir nach Holzminnen, war der Anfang. Oh ja. Und jedenfalls, er ging nach Holzminnen hin und da in Holzminnen ist er dann geblieben in der Ausbildung und dann nachher durch Deutschland. Lange Zeit war er an der Eifel in Ormond und das war keine gute Zeit. Naja, wir haben uns immer Briefe geschrieben. Jede Woche ein Liebesbrief. Ja. Bis ich 25 war. Haben die sicher nicht alle. Ne, hab ich nicht. Ich hab die alle gesammelt und dann in der Osnabrücker Zeit, da hab ich Persilkarton, der war voll. Und abends, wenn ich ins Bett ging, da hab ich meinen Karton. Dann wurden drei Briefe rausgenommen, die wurden gelesen und dann Gute Nacht. Und wie ich nachher hier war, wie ich geheiratet habe, hab ich hier bei meinen Eltern gewohnt, oben. Und dann, Mama, hatte ich den Karton unten stehen. Und das Haus ist ganz unter Kellern. In einem Raum. Und meine Mutter, die hat die entdeckt und hat da drin gelesen und dann manchmal komische Bemerkungen gemacht. Da hab ich mich so geärgert und hab sie alle verbrannt. Ach, das ist ja schade. Später hab ich mich geärgert. Ja. Nein, wie gesagt, das war so, bei Bundesgrenzschutz, die durften ja nicht heiraten. Erst wenn sie 25 sind. Ja. Wie wir uns kennengelernt haben, da war er 18. Ne, er war 19 und ich 18. Und wie wir geheiratet haben, war er 25. Erst da durfte er heiraten. Und ein halbes Jahr vor der Hochzeit ist mein ältester Sohn geboren, ne. Und da hatte ich einen Antrag gestellt, schon vorher, wie ich wusste, ich bin schwanger, auf Heirat, ne. Ja. Und da hab ich jetzt noch den Brief irgendwo liegen, dass das kein Grund zum Heiraten ist. Er hat keine Genehmigung gekriegt. Ne. Und dann, wie er 25 war, da mussten wir zum Gericht hin und dann musste man bezeugen, dass man also nur eben den Partner gehabt hat und dass er, der Vater, und dann wurde das Kind umgeschrieben. Ja. Seinen Namen. Ja. Ne, also irre. Ich hab da einiges erlebt. Und wie er, der ist in Sandhaus geboren. Ja, aber eigentlich brauchen die Leute das gar nicht wissen. Und da lagen in dem Zimmer sechs Leute, die ein Baby bekommen haben. Sechs schwangere Frauen. Und die guckten mich immer an. Überall kamen ja die Männer mit dem Blumenstrauß. Und, und, und. Zu mir kam keiner, ne. Naja. Und dann zum Schluss, dann hatte die seine, die von Welge, da war Welge da im Krankenhaus, die Sekretärin, da haben Roberts Eltern gewohnt. Also die kannten sich sehr gut, die wohnten im gleichen Haus. Und die hat zufällig, weil sie da Sekretärin war, die Unterlagen gesehen. Also, was ist die Gisela da? Hat die ein Baby? Ja, die ist da. Hat ein Baby. Ja. Und dann hat der Welge gesagt und dann gesagt, kennst du die? Ja, kenn ich, ne. Und dann hat die Geschichte erzählt. Und am nächsten Tag kam er rein und er sagte, haben Sie einen Mann? Haben Sie einen Mann? Haben Sie einen Mann? Haben Sie einen Mann? Ja, und die hat auch einen Mann. Oh, ja. 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 Na ja. So kann das laufen, ne. Aber solche Vorgaben, wenn die vom Staat gemacht werden, das ist ja auch… Ja, aber das war damals so. Etwas unnormal, ne. Ja. Sie haben dann irgendwie aber den Weg der Handarbeit weiter fortgesetzt, ne. Ich glaube, ja. Sie waren Rehberin und… Ja, also meine Mutter war schon, die konnte nähen und stricken und stricken und 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 hat uns Kindern schon sehr viel beigebracht, ne. Ja. Was man in der Jugend erlernt, das behält man ja auch zeitlebens, ne. Ja, das behält man. Naja. Und jedenfalls mein Mann und ich, wir haben in Kirchdorf ein Haus gebaut. Ne, und das kostet ja viel Geld und da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe mal hin und bewerbe mich als Handarbeitslehrerin. Ja. Denn ich habe dort in Osnabrück, wie ich zweite Lehrjahr war, die ganze Ausbildung der Lehrlinge übernommen für den ganzen großen Kreisbezirk. Ja. Weil die Lehrkraft, die kam von Bremen, die war sehr krank, die hörte auf und da sagt sie, also dir traue ich das zu, du kannst das. Die hat mir alle Bücher geschenkt und die hat gesagt, was ich machen musste, was also bis dann und dann durchgenommen sein musste und ich habe das gemacht und sie sind auch, haben auch alle ihre Prüfung bestanden. Ja. Ne, und das, und darüber, das steht auch in meinen Zeugnissen drin, das haben auch die Meisterin nachher bescheinigt und geschrieben. Und das war auch ein gutes Allevi für die Bewerbung. Ja, und das war für die Bewerbung war das wichtig. Und da bin ich hier hingegangen und habe mich beworben für ein Handarbeitsunterricht und da sagt sie, ja, die fehlen uns ja sehr, aber nicht an einer Schule. Und da war ich in der Schule für Lernbehinderte vier Stunden, in der katholischen Schule, die gab es hier noch in Aurich vier Stunden und im Dorf, in Kirchdorf vier Stunden. Ja. Das war natürlich doof, ich musste mit dem Fahrrad immer kreuz und queren, alle Richtungen. Ja. Aber ich habe es gemacht, das war der Start. Und dann in der Sonderschule, da wurde dann die Hauswirtschaftslehrerin krank und das war dann auch so ein Drama, da sagten sie ja, die Kinder, die sollten doch da über Ernährung und auch kochen lernen ein bisschen, die hatten ja alle einfache Verhältnisse zu Hause oder Großteil, willst du das nicht machen? Und ich sagte, ja, ich kann das wohl, ich traue mir das zu. Und da habe ich das gemacht. Ich musste aber ein Papier haben, um das nachzuweisen, dass ich es kann. Und dann bin ich wieder nach Emmen gefahren, zur Schule. Das war immer nur einmal in der Woche und habe dann meinen Hauswirtschaftsmeister gemacht. Ja? Ja. In welcher Zeit denn? Konnten Sie die Ausbildung dort machen? Ja, also der Vorbereitungskurs war glaube ich drei Jahre. So lange doch? Und ich bin da ungefähr ein Jahr hingegangen. Insgesamt? Ja, der lief schon, der Kurs. Ich habe mich dann schlau gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, wo man irgendwas machen kann, eine Prüfung ablegen kann. Ja. Und die haben mich dann auch aufgenommen und ich habe es auch geschafft. Und das Zertifikat bekommen. Ja. Und den Meisterbrief. Ja. Naja, jedenfalls, der war nachher später auch wichtig, nicht? Ja. Denn ich war immer nebenberufliche Lehrkraft und die verdienen nicht viel. Da kann man genauso gut irgendwo als Verkäuferin arbeiten. Ja. Das war ganz bescheiden, aber es war immerhin was. Ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich lerne noch weiter. Die haben mir alles zugetraut. Und ich durfte Hauptschulabschluss abnehmen, ich durfte Klassenlehrerin sein, ich durfte Zeugnisse schreiben und der Golder, das war ja der Schulrat, der hat mich zu Konferenzen geschickt, da brauchte er nicht, aber das Geld kriegte ich nie. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich setze mich nochmal auf die Schulbank dann. Die haben die gesagt, du bist verrückt. Und wie alt waren Sie damals? 41. Und da wollten Sie noch mal? Das war aber die Grenze, nicht? Ja. Und dann habe ich mich berufen, habe ich gehört, dass Sie hier Lehrer für Fachpraxis suchen, an der Berufsschule und da habe ich gesagt, ich werde mich bewerben. Ja. Und da muss man sich in Osnabrück bewerben, die gehören zu Osnabrück. Und jedenfalls, da haben Sie gesagt, das wäre meine letzte Chance, dann wäre ich zu alt. Ja. Also Sie haben mich genommen. Und da war ich im Seminar, war ich die Älteste. Und ab dann, da bin ich von der Sonderschule weg, also von all denen und bin in die Berufsschule gegangen. Und dann hatte ich Vollzeitunterricht, ne? Ja. Und da habe ich dann zwei Jahre, hat das gedauert. Und die Theorie, die war mal in Wittmund, mal in Jever, mal in Aurich und dann kamen die, die die Ausbildung machten von Osnabrück, die Professoren, ne? Ja. Und dann hatten wir jedes Mal so eine Akte, die musste man dann durcharbeiten, vier Wochen und dann war wieder Treffen für zwei oder drei Tage, das war verschieden. Ja, und dann war zum Schluss natürlich die Prüfung, Examensarbeit, das Übliche. Ja. Dann die Theorieprüfung und die Praxisprüfung, etliche Lehrstunden, die man geben musste, ne? Habe ich geschafft. Und haben alle anderen das auch geschafft? Ne, zwei nicht. Ne? Einer von den Männern, der war eigentlich gut, aber der hat seinen Mund nicht aufgemacht, der war zu schüchtern. Ja. Aber der hat es dann beim zweiten Mal geschafft, durfte es wiederholen. Naja. Ja, das war ja ein sehr vielfach interessantes Leben. Ja. Aber ich habe dann auch... Aber vielseitig. Der Einsatz, nicht? Wie ich da hinkam, als erstes haben sie mir das BVJ gegeben, das heißt Berufsvorbereitungsjahr. Das waren genau die Schüler, die ich vorher in der Schule für Lernbehinderte hatte. Ja. Die hatte ich dann wieder, nicht? Die kommen ja dann zur Berufsschule ins Vorbereitungsjahr. Ja. Und da haben sie gedacht, oh, die kennt die alle, die kann das machen. Oh. Ja. Ja. Und dann hatte ich die zweijährige Berufsfachklasse. Das sind die, die nachher Krankenschwester wären und so. Ins Krankenhaus gehen, ins Sozialdienst gehen, also viele. Die dann in der Haushaltschaft, ja. Und dann zum Schluss war ich im Gymnasium. Ja? Was haben die dort denn gemacht? Unterricht, Biologie und auch Nahrungszubereitung und Ernährungslehre. Ja. Das war ja ein ganz umfangreiches Feld. Ja. Und da war es mir passiert, ich war selber krank, wurde hier in Aurich operiert, in dem Vorraum. Und ein junger Mann im weißen Kittel sagte, kennen Sie mich noch, Frau Hennel? Ich sagte, nein, weiß ich im Moment nicht. Und ich war ja auch aufgeregt, ne? Ja. Naja, und da sagte er, ich war doch eher Schüler dann und dann. Ach. Ja, und jetzt musste er mir eine Spritze geben, dass ich da, oh, ich wurde schon halb einschlief. Ich sage, jetzt kriege ich gleich die ersetzt, ja. Naja, aber Sie haben sie überstanden. Aber genau, guck. Und jetzt am Wochenende, da war meine Freundin hier und da sind wir hier mit dem kleinen Schiff, mit der Aurich nach Emden gewesen, ne? Und da saß am Tisch auch einer, sagt, sind Sie nicht Frau Hennel? Und ich sage, ja. Haben Sie Handarbeitsunterricht gegeben? Ja. Dann war ich Ihre Schülerin dann. Ja. Die hatte ich auch nicht gekannt. Also es begegnen immer noch welche. Ja, ja. Und das haben Sie, bis zur Rente, haben Sie dann Ihre Arbeit gemacht? Ja, 65 habe ich es durchgehalten. Und dann habe ich einmal die Woche, war ich Abgeordnet nach Wismor und habe mit den Geistigbehinderten gearbeitet. Ja. Ne? Und zu denen habe ich jetzt noch Kontakt. Ja. Und mit denen habe ich gearbeitet, bis ich 82 war. So lange? Einmal die Woche. Und dann habe ich Schlaganfall gehabt, ja und dann war es aus. Dann war es aus. Aber Ihren Mann haben Sie relativ früh verloren, ne? Was hat Ihren Mann? Mein Mann ist gestorben schon mit 56 Jahren. Ja? Ja. Ja. Der hatte Ritzenbluten, der ist verblutet. Ach. Tja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen gute Freunde auch, ne? Also Anfang war es sehr schwer. Ja. Dann waren wir ja auch die Bösen aus Friesen, da erlebt man auch komische Sachen. Ja. Ne? Naja, wäre ich schon glücklich darüber, dass er sein Haus mit jemand teilen muss und wenn Fremde kommen... Ja, das kann man alles verstehen, nicht? Und wir aus Friesen haben ja auch etwas andere Sitten und Gebräuche. Auch das. Und unser Plattdeutsch ist ja auch nicht für jedermann sofort annehmbar. Aber Sie haben es geschafft, Sie haben sich integriert und... Ne, ich sage, ich war hier auch für die, die aus Bommern kamen, also aus meiner Heimat, Vorsitzende der Bommerschen Landsmannschaft. Ja. Und für den ganzen Kreis Aurich. Und dann auch Abgeordnete in Hannover. Ja. Da bin ich auch jedes Jahr hingefahren, bis zu meinem Schlaganfall. Sind denn viele aus Pommern hier in Aurich auch geblieben? Ja. Ich habe jetzt noch eine Liste da. Das sind 68 Personen, die hier im näheren Umkreis von Aurich wohnen. Der Zettel liegt noch auf meinem Küchentisch. Ich habe da heute Morgen noch drauf geguckt. Ja. Ja, wir haben nun sehr viel gehört. Ich denke, wir wollen das Gespräch dann auch beenden. Sie haben ein bewegtes Leben, aber auch sehr schwungvoll, würde ich sagen. Und ich denke mal, auch ein Musterbeispiel, wie auch andere aus ihrem Leben etwas machen können, wie sie es nur wollen und sich zutrauen. Ja. Ja, für unser Filmmuseum ist das sicherlich eine Bereicherung, die wir dann auch dort vortragen können. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass Sie uns das alles geschildert haben und wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Gesundheit. Ja. Und ich danke Ihnen auch für die Geduld. Und ich danke Ihnen auch für die Geduld. Okay.